Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Android Weekly News. Hier nun die Nachrichten der vergangenen 48. Kalenderwoche. Ende September präsentierte uns Google neben zwei neuen Chromecasts und einem Pixel-C-Tablet noch zwei neue Entwickler-Smartphones. Während das Nexus 5X von LG bereits Anfang November im Google-Store für deutsche Kunden erhältlich war, brauchte das Nexus 6P-Smartphone von Huawei bis Montag vergangene Woche, um zu einem Preis von 649 Euro für die 32 GB-Version oder 699 Euro für die 64 GB-Version erhältlich zu sein. Wer das Android 6.0 Marshmallow-Smartphone wahlweise in den Farben Schwarz, Silber oder Weiß noch bis zum 8.12. online im Google-Store bestellt, bekommt einen Chromecast gratis dazu. Am Dienstag vergangene Woche gab der südkoreanische Hersteller LG offiziell den Verkaufsstart für sein erstes Android-Smartphone in einem Aluminium-Uni-Buddy-Gehäuse bekannt. Das LG Class ist mit seinem 5-Zoll-großen HD-Display einer Snapdragon 410 Quad-Core-CPU, 1,5 GB RAM und 16 GB erweiterbaren Programmspeicher eher in der Mittelklasse angeordnet. Das macht sich auch in dem günstigen Preis von 249 Euro bemerkbar, zu dem man das LG Class Smartphone in den Farben Matt-Silber und Matt-Gold ab sofort bei Saturn und dem Mediamarkt kaufen kann. Der schwedische Musik-Streaming-Dienst Spotify unterstützt die Android Wear Smartwatch in Form einer Media-Fernbedienung schon eine ganze Weile. Doch mit dem am Mittwoch vergangene Woche ausgelieferten Update der mobilen Spotify-Android-App gibt es ab sofort die komplette Smartwatch-Unterstützung. Denn nun kann man von seiner Uhr aus die zuletzt abgespielte Musik direkt starten oder auch wahlweise in den eigenen Playlisten stöbern oder einen der vielen Radiokanäle auswählen. Wer noch kein Spotify-Kunde ist, kann aktuell auf unserem Blog an dem Gewinnspiel teilnehmen, wo wir 3x3 Monate Spotify Premium verlosen. Nachdem zufriedene Huawei Ascent Mate 7 Kunden bereits den Nachfolger zur IFA 2015 in Berlin erwartet haben, stellte der Hersteller am Donnerstag vergangene Woche das Huawei Mate 8 in Shanghai offiziell vor. Während man den Fokus bis dato auf die hauseigene heiße Liquid-Karin 950 Octa-Core CPU legte, will man die kompletten technischen Daten sowie den Verkaufspreis erst zur Consumer Electronics Show vom 6. bis zum 9. Januar 2016 in Las Vegas bekannt geben. Zumindest optisch macht das Huawei Mate 8 Smartphone mit seinem 6 Zoll großen, leichtgewölbten 2.5D-Display, dem Aluminium-Uni-Body-Gehäuse und dem auf der Rückseite untergebrachten Fingerabdrucksensor eine Menge her. Das chinesische Start-up-Unternehmen OnePlus gab in dem hauseigenen Forum vergangene Woche bekannt, dass man ab sofort das im Online-Shop erhältliche USB-Typ-C-Kabel als auch den entsprechenden Adapter zurückruft und den Kaufpreis erstattet. Grund hierfür ist der mit 10 Kiloohm zu gering verbaute Widerstand, der lediglich für eine Stromstärke von 2 Ampere ausgelegt ist. USB-Typ-C-Kabel nach einem 3.1-Übertragungsstandard, wie sie das Nexus 5 oder Nexus 6P Smartphone unterstützen, benötigen allerdings eine Stromstärke von 3 Ampere, die dann mit einem 56 Kiloohm Widerstand gesichert wird. Von der Rücknahme sind aber die USB-Typ-C-Kabel, die im Lieferumfang des OnePlus 2 Smartphones enthalten sind, ausgeschlossen, da diese mit dem Smartphone einwandfrei funktionieren. Nur eben nicht mit anderen Smartphones. Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps & Tricks, Android Talk oder First Touch & View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2android.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und verpassen Sie nicht unsere Verlinkungen, wie die letzte Folge von Android Weekly News oder unser Video zu dem Android Auto Funktion in einem Seat und das aus Ibiza.